und da bin ich wieder einfach weil nach einem kleineren ausfall das spiel ist mir einfach mal abgespielt mir noch nie passiert aber kann ja mal vorkommen ich hoffentlich nicht zu oft so und da wollten wir hin der letzten folge so das werden wir jetzt auch tun also los geht's meine müde da kommen wir so ein straßensperrer entgegen holy alter holy shit dann nicht witzig hab nichts getan natürlich was knattert denn da oder bockership ok genau 400 könnten eigentlich erweitertes morgertin kaufen aber ich glaube dann bekomme ich eins über von euch wenn ich jetzt wieder abbreche ein trafgänger warte mal ich habe doch steil geschützt oder ich habe gedacht ich kann zum es war echt geil top aber wo eine ist sind auch sicher noch mehr ich oh oh toll praktisch hä hä oh scheinbar da unten ist noch wer hä was war das denn oh 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 kann ich von hier oben schon was entdecken hier habe ich bei ihr geteckt scheiße alter nein genau alter alter die haben mich doch unten erst auch scheiße einleitung ist bereits zur herstellung ok ist gut hier waren wir letzten schon mal sei ja immer noch geil von einfach mal nicht so einfach so wenn du weg ein netter sniper in sniper werden wir ausschalten mit einer snapper genau da war sie alter jetzt gas 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 ganz schnell durch jetzt schaffen wir das ja auch ganz optimistisch karten auto das fährt weg ist gut sehr gut du kommst schon kann ich denn noch der einzige sein wir versuchen ok schlitter lernt wenn es gerade ein bisschen ruhig ist aber ich bin gerade ein bisschen angespannt doch da unten oder ok 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 ich könnte jetzt eigentlich wieder hoch rennen das werde ich auch tun und dann unentdeckt geblieben zu sein das ist nämlich mein ziel da bekommt man ordentlich xp punkte also erfahrungspunkte ich denke ich mache sicher sicher weil sie wieder kommen perfekt genau dahinter das war doch gut so ok den haben wir hat das liebes sniper hier ist echt geil ich fand hier die ganze zeit patrouille ja glaube ich aber wenn ich mir nur eins hin keins kommt mehr zurück ich darf da mal ein stein hin ok er kommt keiner hm das sind schon doch krass hier gibt es sogar fische und so das habe ich nicht gewusst schön ok sie kommen auch wieder zurück daraus sollte ich achten schon vorbei ok also ganz ruhig jetzt ok da unten ist jemand einer ist der einzige gar nicht nur der einzige sein das sieht so aus dann wollen wir mal ja wir haben es geschafft ganz unentdeckt richtig geil gemacht finde ich also 1500 ja gleich zwei wir brauchen hüfte nein ruhige hand tot von oben das ist natürlich beides ziemlich praktisch ich habe drei dann auf jeden fall das das brauche ich kann ich diese wegschleppen ich habe keine ahnung was nehmen sei es nötig bei uns geil aber guck mal dafür bräuchte ich erst zeit mich und dann für das eisende bräuchte ich habe ich erst zeit um mich zu heilen und das andere lädt sich halt so im hintergrund auf das relativ praktisch war viel nicht besser also kann ich jetzt ok gut ein paar neue täter aus und das war doch echt geil weshalb bist du julia äh nicht julia aber einfach alle nieder gemäht war ja mal richtig geil oh alter schreck mich nicht so ich habe etwas abgedrückt hysterisch ja ja es wäre gut dabei ich will zwar auch machen aber habe irgendwie auch keine lust aber ach komm ja kann ich machen kiste öffnen speicherkarte ich weiß nicht was ich mit den speicherkarten machen kann ich glaube ich glaube es gibt irgendwie so ein dekodierer da kann ich die dann rein werfen hm ich hätte gerade fast meine boxe umgerissen alter war es knapp hm ne hm ok ist jetzt auch egal da ja toll jetzt könnt ihr euch alles durchlesen ich klicke das nochmal lalalala und lalalalala 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 ich glaube wenn wir alle haben bekommen wir was ganz tolles wo er liegt nicht gefunden warte wie war aha ok na gut na gut na gut ich glaube bei den waffen bleibe ich so ja sturmgewehr ja ja bleibe ich so munition inventar auffüllen ja ein bisschen schnell verkaufen das ist doch geil ah genau nicht vergessen nicht vergessen weiter weiter mit der höchsten weiter entfernt der kurs betrifft die stufe zu ändern ok ja ok hm hat so job ja das ist beides drauf ok geil goal 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 also wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wo wir diese mission achso das ist so eine diese mission doch nicht machen werden sondern wir erstmal auf diesen funktum gehen und danach und dahin begeben also bis demnächst in der nächsten folge ähm ich sag's noch so nebenbei gib mir doch gerne ein abo hihihi es wär super nett denn es kommen ja immer wieder neue folgen neue spiele und wenn es euch gefällt schreibt es in die kommentare gibt mir ein like genau schreibt noch in die kommentare was euch nicht gefällt das ist natürlich auch wichtig ich kann auf die insel die folge ist noch nicht zu ende wer hat schon aufgeregt tut mir leid aber dahin will ich jetzt noch eben ich will gucken wie ich dahin komme los geht's eine insel mit zwei bergern schöner strand gerne möchte ich ja mal reisen ich glaube dass dies diese insel hier und darauf scheiße ich komm gleich nicht wieder runter und was in der kiste ist hihi das erfahrt ihr erst in der nächsten runde bis die nächste tschau tschau